Jeden Mal, wenn ich nach Berlin komme, das ist der erste Platz, ich besuche für deinen Kekse. Wann kommst du wieder? Meine Frau eröffnet ihr Kaffee. Was passiert, wenn ich es rausfinde? Was passiert? Es gab einen Unfall in Jerusalem. Die Ohren ist gestorben. Hallo. Ich fragte mich, ob du hier einen Arbeitnehmer brauchst. Woher bist du? Berlin. Die Kekse, die du gemacht hast, sind sehr gut. Sie möchtest? Ja. Ich möchte sie im Café verkaufen. Ihr Mann hat das? Ja. Er hat das Drei gegeben. Und wir kommen mit den Kekse. Du weißt, was mein Mann? Ja. I'm sorry, you didn't know your son. We don't want you here. Do you understand me? Familie ist wichtig, nicht alleine zu sein. Was hast du gemacht? Ich hab sie geküsst. Hier. Und was hast du da gemacht? Wir haben Liebe gemacht. Wir haben Frau Kuppquatur. Sein W face. Wir haben